So, jetzt muss ich mich gleich entscheiden, ob es los geht. Auf der einen Seite ist der Himmel komplett dunkel. Auf der anderen Seite... Der Wind hat etwas nachgelassen. So, ich bin hier im Gat und habe gerade das Schlimmste hinter mir. Ausfahrt Norderney, habe ein Wetterfenster erwischt, wahrscheinlich ein kleines, wo es mal ein ganz klein bisschen weniger weht. Gerade die Wolken dahinter mir, die richtig, richtig Strom hatten bis zu neuner Höhen. So, ich bin hier im Gat. So, ich bin hier im Gat. So, ich bin hier im Gat. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR